Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute zeige ich euch ein Tutorial. Ok, Tutorial ist eigentlich nicht so, sondern einfach nur ein kleiner Quick-Tipp. Und zwar wie hier auf diese geheime Bedrock-Ebene überhalb des Nussers kommt. Geht mir jetzt einen kleinen Trick. Und zwar mit Enderperlen. Und wir backen uns da jetzt einfach mal durch. Wir waffen mit Enderperlen und... Jo. Wir haben uns durchgebackt. Ja, das wird ganz easy. Wie wir sehen können, ist ja eigentlich nichts. Nur Pilze hier, kommen vereinzelt. Äh... Ja. Da war mein Test. Äh, hab schon was gebaut. Aber gut, das gemacht zu machen, wenn ihr wollt. Ähm, ja. Soweit ist ja eigentlich nichts. Ihr habt ziemlich viel Platz. Ihr könnt noch richtig schön bauen hier. So richtig schön noch ausbauen, den wenn ihr nicht mehr Platz landen wollt. Also wie ihr seht, ähm... Es ist ziemlich easy, wenn ich schon noch bauen hier. Ähm, ja. Jo. Ja gut. Aber ihr wollt ein bisschen sicher wissen, wie ihr da runter kommen könnt. Oder es geht auch mit, ähm... Dark-Oak-Set links, die euch dann durchbrechen könntest. Und gestaltet, die wir einfach jetzt hier... Äh... Ein... Ähm... Dark-Oak-Set pflegen, warum wachsen lassen. Und dann jetzt hier die letzte Schicht entfernen. Und jetzt hier... Und jetzt hier... Und jetzt hier dransetzen. Und dann... Könnte es passieren... Dass... Das... Ein bisschen durchpackt. Ein bisschen Glück hat man dann vielleicht. So. Zum Beispiel hier. Und... Ja. Damit zum Beispiel Glück gehabt. Und jetzt können wir jetzt hier zum Beispiel jetzt hier eine Leiter dran setzen. Wie ihr seht, ich bin hier ja richtig hier. Total geil. Aber so ist das Prinzip, ähm... Wie ihr einfach hier runter kommen könnt. Und habt ihr einfach eine schöne Ebene zum Bauen. Und dann... In... Micro Vanilla. 1.8. Und das geht ganz easy, ähm... Ja. Die haben wir schon Bauen. Und dann habt ihr schon Bauen hier. Äh... Ja. Ganz easy. Ähm... Ja, dann kommen wir einfach vier wieder hier runter. Zum Beispiel wäre jetzt hier mal gewachsen. Etwa ein bisschen Bäsch gehabt, weil da ein bisschen Fluchstein ist. Aber... Ob diese Ebene noch dabei da gehen können. Aber ja. So hätten wir jetzt einfach hier... Und eine richtig coole Weltrock Ebene da. Ja, wir sind da runter. Und jetzt komme ich genau in meine Festung hier hin. Das ist unglaublich. Aber so ist das eigentlich ganz nice. Äh... Ja. Gut, ich weiß nicht, wo ich bin, aber... Wie sehe ich das Prinzip? Gut, das wäre es angewiesen von der Folge. Also nicht von der Folge von diesem Video. Ähm... Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen. Und tschüss.